Bitcoin kämpft um ein neues Jahreshoch, befindet sich auf dem Weg zu den 50.000 Dollar und während Bitcoin schon einen großen Move gemacht hat, sind viele Altcoins jetzt auf interessanten Startrampen und wir gucken in diesem Marktupdate auf die Situation und auf welche Chancen sich daraus ergeben. Herzlich willkommen bei Hallo Krypto, wir sind zurück mit einem kleinen Marktupdate. Es hat sich einiges getan im Bereich Krypto, Bitcoin hat wieder große Stärke, die ETF Käufe sind richtig, richtig stark und sind mittlerweile auch so, dass die positiv sind, das heißt weniger fließt aus dem GBTC ETF raus und mehr in die anderen rein. Das in Summe macht den Markt natürlich stark und wenn der Boss vorlegt, dann folgen die Altcoins ganz oft und wir wollen in diesem Marktupdate gucken, was für Chancen sich daraus ergeben. Wir wollen also einmal schauen auf die Situation bei Bitcoin in Kürze und dann gucken wir auf ein paar sehr, sehr interessante Setups bei verschiedenen Altcoins. Dafür habe ich heute im Gepäck unter anderem Fetch.ai, unter anderem einen Coin, den wir lange nicht mehr hatten, nämlich Aave. Auch den Coin Render haben wir mal wieder im Programm, der sehr, sehr interessant aussieht. Mit XRP, wo sich einiges tut und wir gucken auf einen chinesischen Coin, denn es ist chinesisches Jahr des Drachen und das könnte was Besonderes werden. Ja, auf geht's, wie immer keine Finanzberatung und wenn euch das gefällt, lasst ein Like da und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und jetzt gucken wir mal, wie sieht es aus mit dem Boss. Und das Setup ist echt dankbar, weil wir haben Stärke und wir können vielleicht noch mehr Stärke kriegen. Warum, zeige ich euch hier. Das ist die Vergleichsansicht zwischen Bitcoin und dem S&P 500, dem größten Aktienindex der Welt. Und da sieht man relativ gut, dass der S&P 500 schon richtig vorgelegt hat. Hier, der hat ja schon neues All-Time-High gemacht, über 5000 Punkte gelaufen kürzlich. Der hat also hier schon ein bisschen Vorsprung, wenn man das vergleicht mit Bitcoin. Man sieht hier All-Time-High bei Bitcoin ist noch ein Stück, während der S&P eben schon neues hat. Das kann bedeuten, dass, wenn wir sehen, die Charts haben sich relativ ähnlich verhalten, dass Bitcoin noch Aufholpotenzial hat. Die Märkte sind relativ bullisch in Summe, das wird nicht ewig so weitergehen, aber für den Moment deutet sich an, dass noch ein Move von einigen Wochen vielleicht kommen kann, bevor wir denn irgendwann mal eine Korrektur sehen. Wir hatten ja alle vermutet, es gibt jetzt eine Korrektur, aber die war gar nicht so tief. Das wird irgendwann sich auch rächen, dann wird es eine tiefe Korrektur geben, aber für den Moment sieht es anders aus. Und Bitcoin läuft da historisch auch in seine besten Zeiten rein, das kann ich euch hier nochmal zeigen. Das ist eine interessante Ansicht. Dafür haben wir in der Vergangenheit immer drei Jahre Bitcoin positiv gesehen. Der erste Cycle, der zweite Cycle hier und der letzte Cycle. Und der aktuelle 2023 auch schon ein sehr gutes Jahr und jetzt dürften zwei Jahre kommen, wenn es sich züglich wiederholt, die prima sind, bevor es denn wieder in ein Jahr des Bärenmarktes geht. Das auf jeden Fall langfristig und generell ein gutes Setup, egal ob nochmal zwischendrin Korrekturen kommen und die werden kommen. Eine Sache aber ist ganz spannend und die könnte uns einen zusätzlichen Boost geben, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Wir haben Year of the Dragon, das chinesische Neujahr und das ist ja der chinesische Kalender mit diesen Tierzeichen. Da gibt es ja Hase, Ratte und so weiter und das Jahr des Drachen ist was ganz Besonderes in China, weil das steht für ganz besonders viel Glück und Wohlstand. Und da chinesische Paare warten teilweise damit zu heiraten, um in diesem Jahr zu heiraten oder Hauskäufe werden verschoben, um dann zu haben. Das heißt, gerade was Investment angeht, ist bei den Chinesen Jahr des Drachen was ganz Besonderes. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass auch das in Krypto Geld fließen wird, natürlich in Bitcoin, aber auch in andere Coins. Und deshalb gucken wir auf einen der großen chinesischen Coins, einen Altcoin, den es auch schon lange gibt. Einige von euch werden ihn kennen, Neo nämlich, den haben wir jetzt gleich dabei. Und damit will ich auch jetzt reingehen ins Altcoin-Programm, nämlich wir gucken einmal kurz auf den Bitcoin-Chart und dann auf diese Altcoins, wo ich, kann mich nur wiederholen, eine ganze Reihe wirklich spannender Setups sehe. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr die auch so seht. Schreibt wie immer gern in die Kommentare. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Chart vom Boss. Und da sind wir jetzt auf dem Bitcoin-Tagesschart in US-Dollar und man sieht hier noch die weiße Linie, das war der Start der ETFs. Und quasi zeitgleich ist das aktuelle Jahreshoch gefallen, hier oben bei der Markierung knapp unter 49.000 Dollar. Und jetzt sehen wir hier diesen Moment, wo Bitcoin sich rankämpft. Wir waren jetzt schon über 48.000 Dollar, haben das Hoch aber noch nicht ganz rausgenommen. Das sollte allerdings möglich sein, weil jetzt sind ja auch Wochenendtage gewesen, da handeln die ETFs nicht. Und das ist natürlich eine Sache, die ETFs bringen ganz viel Volumen, haben den Kurs auch massiv getrieben. Wenn es am Wochenende ein bisschen ruhiger ist, kann das liegen daran, dass die ETFs einfach fehlen, weil wenn die jetzt positives Volumen weiter liefern, kann das durchaus den Push geben. Und das könnte den Chart dann eben hier wirklich ausbrechen lassen über diese Marke und dann vielleicht sogar in dem Bereich von 50.000 oder 52.000 laufen lassen. Hier habe ich sogar bis 53.000 gemalt. Ja, muss man nicht ganz so ernst nehmen. Kann also durchaus ein Stück darunter sein, kann auch ein Stück überziehen, überschießen. Das ist alles möglich. Interessant ist, wir sehen natürlich bei Indikatoren, der ist schon relativ hoch, aber er kann natürlich immer noch ein bisschen weiterziehen. Und auch hier unten im McD können wir sehen, dass der McD zwar schon sehr, sehr grün ist und irgendwann wird der leicht kippen, aber das haben wir hier auch mal gehabt. Und dann ist er hier trotzdem noch weiter hochgelaufen, auch wenn sich der McD, der schon nach unten oszilliert. Das heißt, wir können diese Aufwärtsbewegung noch ein Stück fortsetzen. Und das wäre natürlich sehr, sehr dankbar, weil was dann passiert ist natürlich, dass die Altcoins einen massiven Move machen und dementsprechend wir von den Setups, die wir uns jetzt gleich angucken, profitieren können, weil eine ganze Reihe Coins wirklich lange sich jetzt ausgeruht haben und jetzt wieder Stärke zeigen und einfach den nächsten Sprung machen. Und im Bullenmarkt wissen wir ja, der Boss Bitcoin geht vor und dann folgen die Altcoins. Und je stärker Bitcoin vorgeht und sich dann ein bisschen ausruht wieder, desto stärker kriegen die Altcoins Raum zu laufen. Und genau so ein Setup kündigt sich an. Und deshalb gucken wir als nächstes mal auf einen Altcoin, der schon ein sehr, sehr spannendes Setup bietet. Here we go. Das ist Render. Und Render hat sich in den letzten Wochen hier seit einfach Mitte Dezember zum Korrigieren in diese spitz zulaufende Flagge begeben, die dann ausgebrochen wurde. Hier sieht man das, ist der Ausbruch passiert. Da war auch der 50-Tage-Schnitt als Widerstand erst da. Hier haben wir gesehen, hier war es ein Widerstand. Und jetzt unterstützt er den. Und jetzt läuft er hier schön hoch. Aber was interessant ist, ist vor allen Dingen, der hat hier so eine Formation. Ich nehme mal noch das Gekritzel raus und mache ein neues rein, weil das sieht ganz spannend aus. Wenn man sich das anguckt, dann sehen wir hier so ein bisschen so eine W-Formation. Und das Interessante ist, solche Chart-Formationen sieht man immer mal wieder. Und die hat es auch in der Vergangenheit bei Render schon mal gegeben. Da habe ich mal nachgeguckt. Und was danach passiert ist, war sehr spannend. Da sehen wir auch, hier haben wir auch so eine W-Formation. Ja, ich habe das ein bisschen hässlicher gezeichnet, das W. Aber sieht man trotzdem, glaube ich. Und danach, ich habe es mal gemessen, 230% Aufwärtsmove. Sei es nicht, dass es jetzt genauso kommt und dass es wieder so stark wird. Aber die Chance sieht sehr, sehr gut aus. Ein sehr, sehr spannendes Setup. Und Render hat ohnehin schon viel Stärke gezeigt. Das heißt, das fortzusetzen wäre jetzt eigentlich die logische Konsequenz. Wir gucken auf einen anderen Coin, bei dem das Setup ähnlich spannend aussieht, auch wenn es ganz anders ist. Hier sind wir bei Fetch.ai. F.E.T. Der Coin, ein AI-Coin, der auch schon gut performt hat und den eine Weile korrigiert hat. Ich habe das hier mal schön gemessen mit dem Fibonacci. Da sieht man hier unten genau auf den 61.8er aufgesetzt. Aufgesetzt, gleichzeitig hier in diesem wirklich sehr, sehr klar zu erkennenden Kanal sich bewegt und ist jetzt hier oben an der oberen Grenze. Wir sehen also, da haben wir genau die Situation, wie es eben schon auch bei Render zu sehen war, dass wir einen Coin haben, der am 50er-Tagesdurchschnitt gerade steht. Wenn er den durchbricht, kann er auch gleichzeitig noch diese Flagge nach oben rausnehmen. Das würde bedeuten, er hat denn hier die Chance auszubrechen, üblicherweise einen kleinen Retest und dann kann er hochgehen, um seine Hochs hier zu testen oder sogar zu durchbrechen. Sehr, sehr gutes Setup. Gleichzeitig nämlich möchte ich eure Aufmerksamkeit noch mal auf die Indikatoren lenken. Hier auch ein Ausbruch über den RSI. Der Abwärtstrend ist sozusagen nicht nur im Chart dabei zu brechen, sondern auch hier im RSI. Und wir haben auch ein bullisches Cross im MACD. Also sehr, sehr gute Anzeichen dafür, dass Fetch.ai. uns in den nächsten Tagen und Wochen Freude machen kann. Also hochspannend und ich persönlich glaube, dass der relativ viel zeigen wird in den nächsten Wochen. Gucken wir mal auf NEO. Das ist der besagte chinesische Coin, ein Layer 1. Man hat ihn auch so genannt ein bisschen das chinesische Ethereum und den gibt es auch schon eine ganze Weile. Und da habe ich euch mal eingezeichnet. Der hat hier einen Abwärtstrend, den er gerade dabei ist zu brechen. Auch hier ähnliches Setup. Wir sehen also der Kampf hier um den 50er MA und gleichzeitig hier auch ein sehr, sehr interessanter Setup für den RSI. Ähnlicher Ausbruch und bullisches Cross. Auch beim MACD sieht es gut aus. Und wir sehen auch hier, wenn wir uns das einzeichnen wollen, mit ein bisschen Fantasie, wieder so eine sich andeutende W-Formation. Und wir haben ja gesehen, was da rauskommen kann, wie das beispielsweise bei Render schon mal der Fall war. Also auch NEO hat ein gutes Setup. Und dazu kommt halt, der Move könnte eben wirklich kommen durch dieses chinesische Neujahr, Year of the Dragon, dass jetzt noch mal besonders viel investiert wird, weil eben Chinesen da sehr dran glauben, an diese Macht von diesem Horoskop. Sei es drum. Ich persönlich glaube, das ist höchstens ein Bonus. Aber NEO hat auch sonst ein interessantes Trading Setup. Achtung, keine Finanzberatung. Aber wer von euch Interesse hat, auch mal Swing Trades zu machen, die Coins, die wir euch zeigen, haben häufig interessante Setups dafür. Aber ihr müsst immer euren eigenen Research machen. Und das gilt natürlich auch fürs Nächste. Der hat ein Mega Setup aus meiner Sicht. Das ist Aave. Und Aave sieht gut, gut aus. Wenn wir die Korrektur uns anschauen, hat er auch hier ganz brav das 61-Achter-Retracement getroffen. Ja, wir können hier noch ein bisschen nachzeichnen. Auch hier wieder so ein Kanal, wieder so ein zulaufender Trichter, der nach unten sich verengt. Das heißt, da ist dann irgendwann die Entscheidung fällig. Und da sieht das Ganze noch aus. Auch hier Ausbruch steht quasi jeden Moment bevor. Und richtig toll, da mache ich mal den Indikator ein bisschen groß und besser sehen. Hier gerade bullisches Cross beim MACD. Es fängt gerade an zu steigen. Das ist ein richtig, richtig starkes Setup. Ähnlich haben wir hier, wie bei den anderen auch gesehen, aber auf noch tieferem Niveau den RSI, der bullisch gekrosst hat, der jetzt nach oben ausbricht, also einen positiven Trend bildet. Und wenn er sehr tief ist, der RSI kann er natürlich auch stärker ansteigen. Deshalb bei Aave kann man durchaus darauf wetten, dass der im nächsten Move auch sein letztes Hoch rausnimmt. Weil wir haben gesehen, was der schon in der Vergangenheit hier für einen Schwung hatte. Das war ein ganz ordentlicher Move. Wenn er sowas in ähnlicher Dimension wiederholt, dann sind wir auf jeden Fall bei 120 Dollar oder höher. Sicherlich keine Garantie, aber eine gute Chance. Und den letzten, den wir uns angucken, das ist ein alter Bekannter, auf den wir immer wieder schauen. Einer der großen Coins. Einer der Coins, von dem viel erwartet wird und der ein bisschen wenig gezeigt hat bisher. Aber ich glaube, auch da ist das Thema Geduld ein ganz wichtiges. Und deshalb gucken wir jetzt auf XRP. Das ist der XRP-Chart in US-Dollar. Und ihr seht, er hat wieder mal eine Korrektur hinter sich, die sich lang hinzieht und die sogar diesen ewig anhaltenden, seichten Aufwärtstrend einmal nach unten gebrochen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist so ein Fehlausbruch. Er kommt auch gerade wieder rein. Und die Indikatoren, ich habe es hier schon mal eingezeichnet, auch hier ganz niedrig, also auf einem überverkauften Niveau. Und jetzt ein Ausbruch nach oben. Das heißt, wir haben hier den Abwärtstrend schon gebrochen. Und im Chart deutet es sich ähnlich an. Auch hier sehen wir sozusagen so ein kleineres, sich zusammenlaufendes Dreieck. Also die Entscheidung hier in dem Bereich wird bald fallen. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er nach oben kommt. Wir haben außerdem hier oben noch eine andere Linie. Das ist die Abwärtstrendlinie von dem ewigen, sozusagen Langzeit zurückliegenden, aus glaube ich 2018 datierendem All-Time-High. Und wenn wir den endlich mal brechen, das heißt, dass wir hier durchlaufen und den hier rausnehmen, dann könnte es wirklich einen guten Move geben für XRP. Geduld ist hier der Schlüssel vor allen Dingen auch. Es wird irgendwann in diesem Jahr gerichtsmäßig SEC gegen XRP weitergehen. Und die Karten, die Zeichen stehen natürlich sehr, sehr gut für XRP. Und das wäre dann ein enormer Boost. Das Chart-Setup wird dann zusätzlich von dieser allgemeinen Information, von diesem allgemeinen Fakt natürlich noch mal getragen werden. Aber auch da, glaube ich, sind die Signale gut. Und man muss halt hier Geduld haben. Auf der anderen Seite sind solche Setups natürlich auch immer gute Chancen, um nachzukaufen. Ja, das war es für heute. Wir haben ein paar Coins mal rausgesucht. Wie gesagt, das Gesamtbild sieht echt gut aus. Wir müssen allerdings auch davon ausgehen, dass irgendwann die Korrektur kommt. Wir haben ja in den vergangenen Videos auch mal gesagt, wir erwarten, dass sie tiefer geht. Sie kam nicht tiefer. Die Korrektur hat sich bisher nicht gezeigt. Das kann daran liegen, dass einfach der Druck seitens der Bitcoin-ETFs zu stark ist, dass zu viel in den Markt fließt. Aber irgendwann schwingt das Pendel zurück. Und das ist immer so, in allen Märkten kann man das beobachten. Extreme Moves werden irgendwann auch korrigiert. Und je stärker die Extreme sind auf der einen Seite, desto stärker auf der anderen. Das heißt, es kann sein, dass wir irgendwann in diesem Bullenmarkt auch mal wieder eine 40-Prozent-Korrektur oder so sehen. Deshalb nicht erschrecken. Cool bleiben. Macht immer euren eigenen Research. Und kauft dann, wenn ihr zukaufen wollt, wenn die Coins gerade korrigiert haben, wenn sie günstig sind. Fomot nicht rein. Dafür gibt es gar keine Notwendigkeit, weil es wird noch genug Chancen geben. Und wie ich gezeigt habe, der Bullenmarkt ist doch tendenziell eher erst am Anfang. Also, danke, dass ihr dabei wart. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Und ich verbleibe wie immer mit dem alten und bewährten Spruch Traded immer safe und bleibt der Blockchain-Troll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.